Freunde, wir sind wieder da! Wir geben die Mission ab und direkt mal auf den Speicherbildschirm. Supi! Ja, toll, hätte ich das gewusst, hätte ich von da ab weitergemacht. Nun gut, willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge Lost Planet Extreme Condition. Und ja, ich habe herausgefunden, du kannst diesen riesen fetten Wurm anscheinend doch töten. Nur, heh, heh, dauert das gefühlt eine halbe Ewigkeit. B, äh, ist es brutal schwer. Und C, es bringt dir einen feuchten Scheißdreck, weil das Viech nach 5 Minuten wieder respawns. Also ja, verpasst, hab, hab dir nicht mal gefasst. Was kommt denn mit den Mörsern? Nur Rauchgranaten. Das ist so eine blöde Fülle. Ach, nee, jetzt fängt sowas wieder an. Geht doch nicht. Was gibt's Neues? Äh, ne weg. Macht I, was machen die da? Wenn das so ist, dann besser wir mit dem Rendezvous. Dann, du, sagst du, Dr. Solotov? Ne weg. Wir beide haben ein gemeinsames Ziel. Ich sehe keine Probleme mit dem. Wir werden dann warten. Mit deinem Hilfe, wir sollten guter Progresse auf dem Frontier. Das ist dein Projekt. Gib meine Begrüße an Commander Eisenberg. Juri, was sollte die Scheiße? Das kannst du doch nicht bringen, mann. Eavesdropping. Das ist nicht sehr schön. Du arbeitest mit Nevik? Der Frontier-Projekt ist eine große Herausforderung, um die Terraformen den Planeten zu machen. Das macht es warm genug, um alle Menschen zu leben. Terraformen? Das ist nicht möglich. Ich habe mich für die Möglichkeit, um die Planeten zu verbreiten und um die Hoffnung zu bringen, die auf dieser Runde leben. Ich habe das lange Zeit noch nie gehört. Nevek und ich haben diesen Traum. Der Weg aus der Akerid ist nur ein Koffer, dann. Du hast es geliebt mit Luca und Rick. Nein, sie verstehen mich. Du solltest ein wenig Reste bekommen. Ich setze die nächste Route am Morgen. Es wird ein schwieriger Tag morgen sein. Und was, wenn ich keinen Bock habe? Dann halt nicht. Begib dich auf den ersten Bergfahrt zum Gipfel. Von dort aus findest du den Weg zum nächsten Bereich. Einfachste Schritte, du schlürzt ab. Alles klar, gut zu wissen. So, da wir ja jetzt nicht herausgefunden haben, wer die Alte war. Ähm, ja, haben wir jetzt herausgefunden, dass Juri für die, äh, mit Nevek arbeitet. Ist gar nicht cool. Also ich persönlich nicht cool bin, ne? Obwohl ich sagen muss, Nevek ist echt nicht so schlimm. Ich bin eher ein Freund von diesen Schneepiraten. Also nur, weil es Piraten sind. Smart Piraten, Piraten-Taktur. Was haben wir? Oh, gar nicht viel von den Viecher gibt's hier. Das kratzt doch mal ab, ey. Down mit dir. So, down geht's, alle. Ist das Ding da 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 on? Äh, scheint da zu sein. Jupp, ist down. Down, 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 down. Äh, hehehehe. Hi. So, was ich auch über dieses, äh, äh, was ich auch herausgefunden hab, als ich mich so ein bisschen recherchiert hab nach diesem fetten, fetten Boom, äh, ja, was ich herausgefunden hab, ist, du kannst dich rollen. Was war das jetzt schon wieder? Wow! Das für Teile! Ich hab so gefühlt, ums Eck ist schon wieder so ein richtig fettes Viech. Was du darauf wartet? Uns zu kriegen. Da drücken wir uns auch nochmal eine Wacht, die hol ich mir gleich mal. Ach, geh doch mal weg hier. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Da ffffuck! Wow! Wow! Alter! Was zum Teufel war das? Was ist das eine Motte? Schatz, gib mir Tiernamen. Schmetterling. Böse Tiernamen. Motte. So. Ich glaub, das Viech fliegt hier im Kreis. Fliegt nur noch pro im Kreis. Was soll das sonst hier machen? Ne, 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 aufheben! Aufheben. So. Super. Das heißt, wir haben ein Artillerie-Geschützer-Marsch. Mehrgleichsens kann man die schon vorher kaputt machen. Das ist gut. Das ist sehr gut zu wissen. Aber ja, was ich mitbekommen hab bei meinem Research über diesen Scheißwurm ist, ich kann das hier. Ich kann rollen. Sagt man mir auch sehr früh. Warum ist hier so viel rotes Zeug? Ich hab's nur das Gefühl, ich muss da runter. Ja, muss ich auch. Gut, wenigstens bin ich ausgewichen. Was auch immer du bist, komm mal her. Raketenwerfer brauch ich nicht. Ne, 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 den nehm ich nicht. So, dann ab in dieses formale Seite Loch. Zum Glück kann ich das hier. Hier, fress'n paar Granaten. Und abwärts. Straight to hell. Aber ich hab' den Pumpgun. Gott sei Dank. Ich hab' die hier jetzt, Mann. Ey, ich hoffe, ich krieg dafür keinen Flag auf YouTube. Von wegen, ja, hier, Tierbespruch. Einfach irgendwelche armen Tiere sinnlos abgeschlachtet. Meine Pumpe ist leer. Nicht abhauen, Mann. Ich würde ziehen. Ne, die geh' ich ja nicht dafür. Geht' die auch mal down? Oh. Ja, ganz toll. Tschüss. So, jetzt reicht's mir. Boaah. Daaaah. Hat jemand den Kammerjäger bestellt? Nein? Schade, jetzt ist er schon da. Oh, zum Glück hat das Vieh, hat die Scheiß-Geltung ganz so viel Muni. Puh, fein, plattgemacht, plattgemacht, plattgemacht. So. Boah. Von dem Ding will ich keinen in die Presse bekommen. Äh, Muni. Gucken wir mal, Muni. Irgendwo hier waren auch noch Granaten. Oder? Das war so ein Sticky Granades. Da ist ein normaler Granat. Fein. Fein. Ja, noch mal so ein Teil. Gut. Jetzt aber. Oder? Yep. Cleaned out. Sieh noch was? So. Da ist ne Münze. Und da geht's nach oben. Zap. Dum 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 dum. Was haben wir denn da schönes? Uh, Plasma-Granaten. Yeah. Ist ziemlich cool. Und da vorne ist ein WS. Also, Plasma-Granate. Boah, Raketen-Jongler. Fägt euch mit... Und ich bin tot. Gut, die Schneepiraten haben einmal mehr gewonnen. Ah, gut, ich bin hier unten. Gut, jetzt habe ich Granaten. Wie blöd. Ich glaube, ich bleib mal an meinen normalen Granaten. Was sind das für Typen? Die sehen nicht aus wie Schnee-Granaten. Headshot. Und ich bin tot. Boah, Granate voll in die Fresse. Und ich bin tot. Scheiß Raketentyp, Mann. Ich glaube nicht, dass es so viel bringt, aber ich kann es mal probieren. So, wir haben ein bisschen snipen mit dem Maschinengewehr. Dauern. Uh, der hat ein Scharfschutzengewehr. Boah, Raketen. Scheiße. Ich habe mich also schon gespottet. Das ist ja nochmal so ein Scheiß-Typ. Ja. Ne, Mann. So einfach kriegst du mich nicht. Da, ich hoffe, es hat dir geschmeckt. So, Scharfschutz. Hier muss ich aufpassen. So, Maschinengewehr. Ach, verarsch mich nicht. Ja, das ist fast eine Granate. Zu viele Typen auf einmal. Und Akride. Und... Zieh dich, Mann. Alles auf einmal. Ja, mit der Schrotflint, ey. Gott, ey. Was ist der Typ alles überlebt? Tschüss, Mann. Ja, sicher. Ihr glaubt mal wieder an mich an. Wo ich euch gar nichts getan habe, ihr Drecksviecher. Immer dasselbe, immer dasselbe. Man kann es keinem recht machen. So. Jetzt endlich Ruhe. Nein, immer noch nicht. Granate nämlich mit. Was haben wir hier Schönes? Die leuchten ja so schön am Kopf. Da kann man schön, schön drauf zielen. Granaten. So, jetzt erstmal diese Scheiß-Data-Post aktivieren. Und dann den Typen da drüber abknallen. So, in die Fresse. So. Und der hat sogar noch Muni fallen lassen. Ist ja wunderschön. Ist ja wunderbar schon. Oh, hallo. Wie du lebst noch. Gott, wie viele von euch gibt es hier oben? Du, stehen bleiben. So. Alles klar. So, ich habe 19 Granaten. Ich habe 48 Störmgewehr. 48 Schroti. Ja, das passt. So. Du, Drecksmotte, Mann. Kommt wieder hier runter, dass ich hier eine Ladung Schrot in den Arsch jagen kann. Was sind das für Teile? Ich kann es abknallen. Ja, Leute. Was hatten wir das jetzt gebracht? Richtig. Mal wieder nichts. Ähm. Oh. Da geht es runter. Ähm. Maschinengewehr. Nee, danke. Ja, lol. Wie soll ich denn da hinkommen? Soll ich da echt hier drauf? Was ist das? Oh. Whoops. Okay. Gut zu wissen. Äh. Scheiß Morte. Ah, fuck. Ich glaube nicht, dass du das aufhalten kannst. Äh. Warum hat mein Hacken nicht gegriffen? Ach, Mann, ey. Freunde. Mein Hacken hat nicht gegriffen. Sicherlich. Äh. Das liegt stirbt nicht. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Das hackt dich. Aber gerade noch so. geht mir nicht auf KXF. Wow! Alter! Ich will mich alles töten, oder? Ich komm mir vor wie in Australien. So. Wayne, be careful out there. Haha, lustig, sei vorsichtig. Ja, haha. Ich bin hier nur ein Single von Schneepiraten, Akerids und allen wirklichen anderen Scheißdreck. So. Aber hier habe ich einen VS. Hat der schon irgendwelche Waffen? Ja, der hat eine. Was ist denn das hier? Lasergewehr. Hehehe, geil. Okay, muss halt immer kurz laden. Ich würde das gerne montieren. Montieren? Montieren. Gut. Wunderprächtig. Irgendwo da draußen gibt es noch ein Nest. Wo kommen sonst die ganzen Drecksviecher her? Ja, keine Ahnung. Gut. Ich bin schon wieder ein bisschen überzogen. Aber... Gut, Freunde. Ich aktiviere jetzt hier noch diesen Datapost. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid bei Lost Planet. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo es dann weitergeht, da nach oben, was sehr schneepiratig aussieht. Ähm, beziehungsweise sehr nach Menschenland geschaffen. Ja, und mal sehen, was uns dann hier erwartet. Ob wir uns dann noch gegen Nevek klatschen müssen. Oder gegen noch mehr Schneepiraten. Oder... Keine Ahnung. Also ab jetzt weiß ich echt nicht mehr, was Sache ist. Ab jetzt habe ich... Ich meine, ich habe es früher mal gespielt. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich... Bis wohin ich gezockt habe. Den Teil hier kenne ich zum Beispiel gar nicht mehr. Äh... Ja. Gut, dann steige ich immer ein. Frisst mich das Ding aus. Ja lol. Ist ja cool. Puh, ihr seht mich nicht. Doppelsprung. Hoher Sprung. Nebel... Nebelwand? Ja lol. Gott, ist das Ding schnell. Ja, Rottel. Ja, ist ja cool. Puh, ihr seht mich nicht. Und? 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 Yeah, one shot. Nice. Alles klar, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt... Lost Planet. Überleben. See you later. Stay frosty, stay awesome. Und... Ciao.